Und jetzt holen wir uns unsere Tagesration ab. Ganz dreisterweise. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Wir rauchen die eh nicht. Wir verhökern die meistens. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Äh, okay. Nur noch 21 Erz. Das können wir lassen. Auch wenn das letzte Mal wir ja teilweise sogar um 16 Erz und um 5 Erz getauscht haben, weil nur noch ganz bisschen fehlte. Aber das dürfte nicht nochmal vorkommen. Wir haben jetzt so viel. Selbst wenn die Rüstung doppelt so teuer wäre wie die hier, hätten wir schon genug. Also ja. So, können wir denn einfach da hoch, ohne dass einer von denen uns den Kopf abhackt? Wir werden nicht aufgehalten. Also gut. Gehen wir einfach mal... Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ähm, ja. Das hat uns jetzt ganz schön erschreckt. Äh, Iberion höchstpersönlich hat mir die Erlaubnis gegeben. Nein, hat er nicht. Letzter schickt uns. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Also dafür, dass Lester nur Novize ist, hat er sehr viel Einfluss anscheinend. Hm. Na gut. Also wir sollten uns nie mit, äh, Lester verscherzen. Und hier wird dann Iberion sein. Mit der ersten Frau, die wir im Lager sehen. Und da ist gleich noch eine. Er hat ja ein richtig schönes Leben hier, hm? Abgesehen davon, dass er auf einer Steinbank sitzen muss und, äh, in einem kalten Gemäuer haust, haust aber trotzdem. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nüras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch, er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Könnt nie, ja, aber... Erstmal soll man nachfragen, was genau das Ding ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der fünf Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Also er scheint irgendwie sehr überzeugt davon zu sein. Vorher sind wir davon ausgegangen, dass das Ganze mit der Religion nur eine Masche ist, um die Leute bei Kontrolle zu halten. Aber so wie er spricht zu jemandem, der sich gar nicht mehr seinem Lager anschließen will, ist vielleicht doch was an der Sache dran. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Hm. Dann wird das wohl die Stelle gewesen sein, wo wir gerade eben erst waren. All diese Markierungen auf dem Boden, wo wir dachten, die gehören hier mit zu dem Sumpflager. Ja gut, dann wissen wir wenigstens genau, wo wir hin müssen. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Dann such. Na gut, die Karte hätten wir jetzt nicht unbedingt braucht, aber vielleicht ist die ein bisschen mehr aufgezeichnet als nur der Fokus. Hm. Na gut, haben wir jetzt wenigstens eine Karte von dem nordöstlichen Bereich der Insel. Naja, nicht Insel, sondern der Minenkolonie. Also, da oben soll das Ding sein. Und da sind wir laut Karte schon. Weil wir im Tempel drin sind. Das heißt, der Fokusstein ist eigentlich hier direkt über uns. Äh, na gut. Also laufen wir jetzt ganz aus dem Tempel hier raus, ganz aus dem Lager hier raus. Außen um die Klippe rum, nur um direkt über dem Tempel wieder rauszukommen. Kann man hier vielleicht irgendwo hoch? War doch klar, dass das Ärger geht. Hm. Darum. Ne, weil es wir oben standen, genau an dem Punkt, wo der Fokusstein eigentlich sein sollte, hatten wir auch hier runter geguckt und da gab es keinen direkten Weg. Außer wir wären halt runtergesprungen. Aber, äh. Das ist doch einen Ticken zu gefährlich. Und hochspringen können wir soweit ja nicht. Also müssen wir den langen Weg gehen. Und sobald wir den Fokus haben, ist halt die Frage, was wir damit machen. Sollen wir ihnen dann Iberion geben und gucken, was genau passiert, oder sollen wir mit dem Fokus schon zurück ins neue Lager? Hm. Unsere Aufgabe ist... Die Bruderschaft im Sumpflager bereitet irgendetwas Großes vor. Larus, der Anführer der Banditen, will wissen, was das ist. Hm. Naja, wir könnten ihm jetzt schon sagen, was das ist. Sie wollen einen Fokusstein besorgen, um damit den Schläfer anzurufen. Aber dadurch ist Lester und... Quatsch, Larus auch nicht schlauer. Denn er weiß nicht, ob dadurch der Schläfer wirklich angerufen werden kann. Also ob an der ganzen okkulten Sache was dran ist oder nicht. Das heißt, wir sollten erst zu Larus zurück, wenn wir wissen, ob die Religion wirklich echt ist oder nicht. Also ob es einen vierten Gott gibt oder nicht. Also halt den Schläfer. Was macht denn der Scavenger da? Und eine Blutfliege? Hm. Naja, wir können nicht davon ausgehen, dass wir sämtliche Tiere auf der Insel auslöschen können. Sie werden sich Stück für Stück auch wieder ihren Raum zurückerobern. Aber umso besser für uns haben wir mehr zum Töten. Oh, apropos Töten. Wir sollten mal eine neue Waffe ausprobieren. Den Steinbrecher. Sieht doch richtig garstig aus. Ja, schön. Also neue Rüstung haben wir. Neue Waffe haben wir auch schon neu. Neue Rüstung wird wohl noch eine Weile dauern. Aber wenn wir den Auftrag für Larus hier erledigt haben mit der Spionage-Aktion, dann könnten wir bei den Söldnern nochmal anfragen, ob die inzwischen Interesse bei uns haben. Denn wir haben schon jede Menge Kleinkram für Larus und seine Leute erledigt. So. Also hier mussten wir jetzt rechts an der Mauer lang, dass der Wald immer schön auf unserer Linken ist. Und dann laufen wir quasi direkt auf diese Plattform zu. Denn ja, wenn wir bei den Söldnern aufgenommen werden, kriegen wir wahrscheinlich auch eine Anfänger-Rüstung von den Söldnern. Und mit etwas Glück können wir auch gleich die bessere kaufen. So wie es bei den Banditen vorher ja auch war. Und dann werden wir auf jeden Fall richtig gut ausgerüstet. Wir haben dann noch bessere Rüstung, als wir jetzt schon haben. Mit der neuen Waffe hier. Und wahrscheinlich kriegen wir noch gleich neue Aufträge als Söldner. Also ja, wir haben noch gut was vor uns. Die Frage ist nur, ob wir damit auch klarkommen. Also mit dem Auftrag hier. Denn es ist schon ein wenig komisch, dass sie einfach so einem fast wildfremden diesen Auftrag erteilen, der ja ziemlich wichtig zu sein scheint. Also wir an Iberian-Stelle hätten eher Läster losgeschickt zum Beispiel, weil der scheint ja auf jeden Fall vertrauenswürdig zu sein. So, hier vorne irgendwo war auf dem Boden diese Plattform mit den Stacheln drumherum. Und ein Novize soll auf dem Weg da hingewiesen sein. Also wirklich schwere Gefahren waren hier ja nicht. Warum hat das der Novize dann nicht geschafft? Oh, da ist ja jemand. Das wird dann wohl der Novize sein. Hm, wurden wir umsonst losgeschickt? Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Äh, wie jetzt? Nimm die... Was zur Hölle? Ähm, sollten wir das Ding jetzt überhaupt aufheben, wenn das die Leute wahnsinnig macht? Äh, na gut, wir müssen das machen. Schauen wir mal, ob er vielleicht wieder bei Verstand ist, wenn er das Ding jetzt nicht mehr trägt. Und uns geht es so weit ja ganz ganz gut. Ich muss weg! Nein, musst du nicht. Du musst mit uns sprechen. Ha, hey! Ach, das ist ja komisch. Aber wenigstens will er uns nicht mehr töten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht beruhigt er sich jetzt ja. Also diese Steine scheinen echt gefährlich zu sein. Auch wenn es komisch ist, dass wir davon nicht betroffen sind. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir auch nicht wirklich an den Schläfer glauben. die Novizen hier werden ja darauf trainiert, dass es den Schläfer gibt und welche Macht er hat. Und dadurch hat er vielleicht auch Macht über sie. Wenn es ihn denn gibt. Hm, ja, wir müssen unbedingt ausfinden, was an der Sache dran ist. Nicht nur, weil es der Auftrag von Laris ist, sondern auch für uns. Vielleicht kriegen wir so irgendeine Möglichkeit, hier aus der Aminenkolonie wieder rauszukommen. Das war ganz schön flott. Na gut, so oder so, gehen wir jetzt erstmal zurück zu Iberion und schauen erst mal, was für eine Belohnung wir dafür kriegen. Denn, äh, umsonst machen wir sowas ja nicht. Denn aufgenommen werden wollen wir da nicht. Das wäre wahrscheinlich denn die Belohnung für Novizen, dass man in höheren Rang aufgehoben wird. Aber für den Außenstehenden gucken, was wir da bekommen. Und dann kriegen wir vielleicht auch die Möglichkeit, dem ganzen Ritual beizuwohnen. Also als Zuschauer zu sagen, auch wenn das ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber das wäre natürlich perfekt. Denn wären wir in der ersten Reihe, um genau sehen zu können, was es mit der Sache auf sich hat. Um das denn alles weiter an Laris zu tragen. Aber wenn das einer von fünf Steinen ist, dann gibt es ja noch vier weitere. Sollten wir auf jeden Fall den Wassermagiern zu erzählen. Vielleicht können die was mit den anderen vier Steinen anfangen. Hoffentlich wären die dann nicht stinkig, dass ich einen von den Steinen den Iberion hier gegeben habe. Naja, wir können so viel spekulieren, wie wir wollen. Erstmal müssen wir gucken, was passiert. Gut ist auf jeden Fall, dass wir uns im Sumflag hier blicken lassen können, dass wir neue Waffen im Angebot haben. Und auch neues Erz. Obwohl die Frage ist, welche Händler gab es hier noch? Den Balker da, der die magischen Sachen verkauft hat. Aber sonst fällt uns keiner ein. Naja, so oder so können wir uns hier blicken lassen. Wir können uns hier ausruhen zwischendurch. Unser Fleisch braten, Sachen verkaufen. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Kommen wir durch. Ja, schön, schön. Keiner von den Templern versucht uns aufzuschnappen und uns den Kristall einfach wegzunehmen. Das ist auch gut. Das wäre nämlich garantiert im alten Lager passiert. Wenn wir im alten Lager losgeschickt worden wären, irgendetwas Wichtiges zu holen und wir dann mal zurückkehren, hätte jeder Gardist uns versucht zu verprügeln, um das Ding zu bekommen, damit der das dann abgeben kann. Wir dürfen gleich zum nächsten den wir betrogen haben. Na super. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Das ist doch nett. Der Novize Nüras hat den Verstand verloren. Er faserte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Wir sind kein Guru, der jahrelang meditiert hat und wir konnten es trotzdem ertragen. Na los, lass mich vorbei. Hast du noch irgendwas zu sagen? Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Die hat bestimmt auch ein ziemlich übles Leben hier. Genau wie die Frauen, die ins alte Lager geliefert werden vom König. Na gut, also wir sollen den Kristall jetzt zu Korkalommen bringen. Da wir jetzt immer noch nicht wissen, ob an dem ganzen Hokus Pokus wirklich was dran ist, dann müssen wir das auch tun. Ja, jetzt kurz ins neue Lager gehen, um zu gucken, ob wir das wirklich müssen oder nicht. Ne, gehen wir ein Risiko ein. Im Notfall stehlen wir das Ding einfach wieder zurück. So gut sind die Kisten hier nicht bewacht, wie wir mitbekommen haben. Also, Korkalommen war bei dem Kräuterhändler oben. Kräuterhändler war hier vorne. Hier ist der Balkadar. Da können wir auch mal ganz kurz reinschauen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Wow. Er hat jede Menge neue Tränke. Was hat er da? Bücher, die Blutfliegen, Übersichtssumpflager. Ne. Ah. Ein Ring, Schutz vor Waffen 10. Unsere Macht. Schutz vor Feuer. Ah, das sind die Amulette. Ringen können wir uns gar nicht angucken. Das schauen wir gleich mal. Also er hat einen Schutz vor Waffen mit 10. Das merken wir uns mal. Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Feuer, Schutz vor Magie, Verwandlungszauber. Dadurch können wir uns also mit diesem Verwandlungszauber können wir uns vielleicht in Gebiete schleichen, wo wir normalerweise nicht reinkommen. Und hier noch jede Menge Zaubersprüche. Hm. Aber gut. Merken wir uns für später. Es gibt jede Menge neue Sachen, die wir uns holen können. Jetzt schauen wir mal kurz die Ringe an, die wir haben. Wir haben einmal einen Lebensenergie-Ring und einen Stärke-Ring. Hm. Na gut, die 5 Stärke könnten wir weglassen. Die können wir auch einfach wieder hoch trainieren. Also hier hat den einen Schutz vor Waffen 10 könnten wir uns schon mal holen. Und das Amulette mit Feuerschutz ziehen wir auch an. So. Aber jetzt speichern wir erstmal wieder ab. LP 24.